Mein Arbeitstag beginnt mit dem täglichen E-Mails-Check, was ich so von den Kunden reinkomme, intern auch. Da muss ich mich natürlich mit den diversen Abteilungen abstimmen. Im Unternehmen gibt es eine Gleitzeitvereinbarung, was ich persönlich sehr cool finde. Es ist so, dass wir alles, was wir mehr Arbeit leisten, in Zeitausgleich abgegolten bekommen. Die Kernzeit ist von halb neun bis halb vier nachmittags. Grundsätzlich flexibel. Natürlich gibt es bei uns auch stressige Zeiten. Das ist besonders bei uns, wenn es dann zur Kundenabnahme kommt. Das heißt, der Kunde schaut sich sein Produkt an, ob alles in Ordnung ist. Wenn man so wie ich im Vertrieb arbeitet, hat man gewisse andere sozusagen Benefits. Einerseits ist es ein Dienstwagen auch mit Privatnutzung. Das gleiche gilt für Firmen-Handy, Firmen-Laptop. Es ist jetzt nicht ein Großraumbüro, so wie man es sich vielleicht vorstellen möchte. Wir sind eher eine kleingehaltene Gruppe. Es sind im Prinzip die Leute beieinander, die auch miteinander arbeiten. Und vom Arbeitsplatz her gibt es eigentlich nichts, was jetzt fehlen würde. Die Firma Ultimate stellt alles bereit, was man braucht. Wir haben ein super Großraumbüro. Es ist sehr hell. Wir haben alle technischen Ausstattungen, Computer, alles was man braucht. Falls einem irgendwas fehlt, einfach melden und wir kriegen es. Also alles tipptopp.